Ich bin vielleicht nicht reich, aber wenn ich kurz mal vor mich hin philosophieren darf, ist Reichtum nicht nur das, was man auf der Bank hat. Wenn ich meine Freunde zähle, bin ich der allerreichste Mann in ganz Mitteltem. Danke, Ron. Naja, wenn ich's mir genau überlege, haben die meisten Menschen eigentlich mehr Freunde als ich. Ich hab doch nur dich und Rufus. Was heißt nur? Äh, ähm, ich meine nur im Sinne von, wenn man euch als beste Freunde hat. Wen braucht man denn da noch? Gerade noch die Kurve gekriegt. Hast du noch genug Geld für'n Takodir? Noch besser, ich hab sogar noch genug für'n Maxi-Menü. Booyah! Danke, Ron. Was heißt nur? Gerade noch die Kurve gekriegt. Hast du noch genug Geld für'n Takodir?